es wäre hier ist wieder Bumper und herz Willkommen ja ja du mich auch Willkommen zu einer Folge Road to Commander und jetzt starte mal oder ich werde Lobbyführer irgendwann einmal ja irgendwann wird das soweit sein wenn sie alle unter meiner Kontrolle stehen alle alter Chat nicht schon wieder was denn du sollst eine Lobby suchen so was hey was hey kann ich doch gar nicht wie ich kann kein ich bin auch nicht ich bin nicht der Lobbyhost hey ich hab dir den Lobby was aber gegeben dann anscheinend nicht gut genug Florian stritzel Mati Mati du bist jetzt geläftet weil du mir jetzt joinen sollst warum denn du kannst du mir jetzt ruhig join ich hab da jetzt alles geklärt man ja 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 join jetzt unprofessionell wie immer ja wo joinst du ja was wo joinst du du joinst nee du joinst du joinst alter fick dich ja come on wenn dann will ich jetzt meine Niederlage auf Band und Boom Power bitte ausrasten sehen wie viel müssen wir denn heute überhaupt aufnehmen keine Ahnung so viel wie wir wollen ach ja Moment mal kurz Montag Mittwoch Freitag Montag Mittwoch Freitag keine Ahnung wenn du sonst nicht kannst 6 ich kann nächste Woche Freitag ja dann müsste ich noch da sein also 3 oder bisschen mehr je nachdem je nachdem oh ich will mit der G18 was reißen man darfst du aber nee heia okay darfst du anscheinend schon so einmal bitte Bison Action aber noch PP90 am 1 nee egal ist für mich die Bison da wa dat lag das sind halt die schlechten Spieler von Call of Duty tja wie war dat? na du kannst nicht mal die Waffen haben alter ey ganz ehrlich PP90 war doch immer da oh komm der war doch schon wieder blutrot da 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 lo geh sie ich weise und ich wusste dass du da irgendwo bist so jetzt wird er erstmal seine Klasse dann wechseln NEIN NEH NEIN ich hab mich da fast getötet nein 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 WTF Ach der Kerl ist da oben! Wat ein Schwein! Wat ein Schwein! Boi, ganz ehrlich, das darf man doch eigentlich keinem zeigen. Uaah! Nein! Man ist die Westen für sich ganz allein. Ja, wenn man nicht reagiert, bringt einem ne Weste trotzdem nix. Ja, wenn du wüsstest, wo die liegen, am nächsten zerstören könnte. Ich hab's schon extra gut gewählt, die Position. Boah! Und wo bin ich gespawnt? Ja, ich weiß es ja. Aber es ist ein rotes Kästchen um dich. War ist das? Oh! Weil es dick wäre, ist der FTW. FICK MAN! So, ne, nicht mehr da. Hör dich jetzt eh nicht. Alter! Mann, das ist doch scheiße, wenn meine Gegner nicht hört, wenn die ganze scheiße Leveldinger da kommen. Oh! Ich hab nur ne Semtex gehört und bin hocken geblieben. Ich hab nur ne damen geblieben. vantagem chestnä. Ich hab nur nehm. Ich hab nur nehm. Ich hab nur das Fick. Ich hab nur nehm. Es ist schon super. Ich hab nur nehm. Ich hab nur nehm. Ich hab nur nehm. Es gibt viele, dass es das schwere davon ist. Ich passe mal, einfach zu Pierre. Was ist denn jetzt schon wieder hingelaufen, ey? Das ist ja schlimm mit dem! Oh, Alter! Das war eng. Nein, 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 nein! Oh, was für ein Lacker! Das ist durch die Samtex rausgetrieben! Nee, die Samtex liegt vorne an der Tür, aber egal! Ich weiß! Du standest auch auf Höhe der Tür ungefähr! Ja, ich hätte einen Schritt nach hinten gehen, müsste schon mal ich safe! Okay, du springst mir vor die Lunte! Ja, aber ich weiß, dass du da unten bist, Mann! Waaahaa! Das spawn, ey! BAM! DIGGA! Ich habe den Schnubbeln bei meiner Waffe. Was will ich? Deine Waffe schnubbeln. Aua. Ach so. Oh Gott. Ach so. Ne, ich wechsle jetzt nicht meine Waffe. Schnubbel als E bedeutet Schnubbel die Eliminierung. Oh. Oh, und der Typ. Das Typ, ey. Das kann ich dein Ernst sein. Jetzt hast du Attentäter drin, ey. Du, ja gut. Wow, Alter. Bringt mir bloß nichts. Turn to play. LOL. Turn to play too. Halt's Maul. Wie langsam ist die denn bitte in Sachen aktualisieren? Und jetzt bist du gar nicht mehr zu sehen. Manchmal bist du zu sehen, manchmal nicht. What the fuck? Ja, den hab ich grad geschossen. LOL. Jetzt hab ich Hallos. No, du. Hab dich die ganze Zeit in Munition aufheben hören. Moin. Oh, was für ein Glück gab das. Oh, der Spiel, der Sekundärwaffe. Puh, schlecht. Sicher? Dein Ernst, ich bin am Türstock hängen geblieben. Ich bin die ganze Zeit im Türstock hängen geblieben, während ich geflasht war. Ich hätt gedacht, ich würd schon wegrennen. Ja, klar. Na, sicher. Na. Jetzt stirb doch! Bei. Aaaaaaaiiii 2 Abfaller da hattest Wuuuiiii Hu 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 Alter Dat war hart Vorräte sind unterwegs Das ist ungefähr das bescheuertste überhaupt Vorräte zu holen Aber wenns gut geht, klappts Yes Aufklärungsdrohne bereist Boah ey Du dreckige Nutte Aber es hat sich gelohnt Es ist Aufklärungsdrohne online Also lernen hat sich nicht gelohnt Alter ich will Boah da liegst du Boah Oh Boah ey Der auch Na super Oh Toll Oh Toll Oh Toll Oh Toll Boah, Alter, bleibt er die ganze Zeit lang! Was ist denn das für ne Camper-Sau? Das kann doch nicht wahr sein! Oh, Leute, na, na! Fick dich! Einfach! Jetzt traut er sich nicht mehr raus! Jetzt traut er sich nicht mehr raus! Was für ne Pussy! Ja, warum sollte ich? Ich hab gewonnen! Oh, wie schlecht du einfach nur bist! Ich wollte da schon viel früher hoch! Oh, bitte an dieser kleinen dreckigen... Alter! Bitte an dieser kleinen... Was hast du nur für ne Leitung? Ne 16k! Glaub ich dir langsam nicht! Naja doch, 20 hab ich eigentlich sogar mehr! Weil die Telekom einen Fehler gemacht hat! Warte auch nicht, eher sinds weniger! Weniger? Ja! Ich war ja nicht mal Horst! Könnte auch liegen, dass ich aufnehme! Dadurch wird vielleicht auch ein bisschen die Leitung gedrosselt! Kann auch sein! Vielleicht wird auch standardmäßig von Activision gedrosselt! Was weißt du nicht! Oh, was hab ich denn jetzt hier für ne schöne neue Sache! Oh, ich hab Thermalvisier! Und dann rot! Endlich! So! Sturmgewehr! Ähm... Oh! Aufsätze! Äh... Ne! Ne! Ah... So! Ne! Ich such jetzt nicht! Däum mal! Däum mal! Alter, ja, geht doch, meine Fresse, so, die Folge, es hat geklappt. Bitte gegen das, Joseph Goebbelt, Goebbelt, ah, ja, hey, fun, my friend, Mösen, alter, der Anne Frank, ey, wat macht denn der Kerl, Mösen, Moeich, oh, Mösen, Moeich spielst du, ach, so läuft der Hase, also, so läuft der Hase, so erst mal die spieler leise stellen nach möglichkeit irgendwie stumm nee halt egal ist mir wurscht bleiben an erst wenn sie nerven ja ich weiß wir haben metall bei uns ich weiß ich weiß doch alles okay wenn du da nicht geklautzt boah der Name ist einfach nur geil DUDE dat camp ey dat camp ja Depp mein gott kommt da mal einer einer dumm ich hab mich sexy schwanz gemacht und dann heiße ich immer noch frühe DUDE DUDE Hauptsache sexy schwanz ne Jo Ausschwitz getötet Ausschwitz alter den Namen können wir aber definitiv zensieren lassen wieso den kannst du nicht zensieren in jedem telefonbuch ja heute lässt sich verdummen er lässt sich verdummen er lässt sich in der Anarchie stecken waa oh komm einer noch bis zuvor wenn du seitdem mit der Hedgeheit gegeben Autsch das kommt woa ich habe Vorräte waaah Ich hab Vorräte. Ich bin stolz auf mich. Ausschwitz hat mich jetzt... Alter, ausgeschwitzt oder was? Ausschwitz hat langsam ausgeschwitzt, ja. Ich hab ne 2-4, Alter. Nein, stirbt doch, Mann! Du mit deiner hässlichen OP, aus der Mann! So, sch... Wir wollen aber nicht von deiner Mutter anfangen, okay? Ne, 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 ne. Jetzt geh nicht auf dat Niveau. Wow, dat Vorräte, ey. BMS einsatzbereit. Ne, 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 stirb, stirb. Komischerweise hältst du doppelt so viel aus wie die Ressichtenloft, Alter. Das ist von komisch, Mann. Ja, hey, ich muss mal Hack ausmachen. Ist das langsam auf? Verzieh dich. So. Das kann nicht dein Ernst sein. Hier kann man... Doch, hier kann man. Jetzt fick, Mann! Alter! Alter, jetzt, Mann! Ich will mich ir... Ich will den Scheiß jetzt aufstellen, danke! Ja, das habe ich getötet. Ich habe 10.000 Hilfe für 10.000... So muss das. Schön Wallbangen. Nein! Nein, nein, nein! Ha! Oh, wieder mit der Pflatsche. Nice! Jawoll! Bäm, Digga! Und die 5-Better einmal. Vielen Dank! Wow! Wow, Alter! Wow! Hat mich der Team... Hat mir der Team-Better den Arsch gerettet. Wow! Oh, ey, boah! Oh, ja, nee, okay, wir verlieren, aber muss ich mich überladen. Oh, Mulme. Ich habe Gabitz getötet! Du hast der Vergangenheit definitiv Ehre erwiesen. Wenn du das nur schon früher gemacht hättest. Oh! Gabitz schon wieder getötet! Mein Gott, du tust dir echt. Merde! Hier ist 2-2-1 in Position für Beschuss. Jetzt kommt doch! Jetzt kommt der Affe. Wart, jetzt kommt der Affe. Nee, Schimp... Schimpansel? Alter! Ist nicht da. Wo, Alter! Alter! Wow! Alter! Das Ziel 4 vom Team-Better hat mir so ungefähr mal so den Arsch gerettet. Ah, der Tierflieger wieder. Alter! Ah, der Tierflieger hat Arbeit gemacht. Ach, das ist auch nur deiner. Ja, und den Vorräten. Ist doch geil, nicht? Oh, hi. Alter, ist der Luftraum jetzt endlich mal frei. Ja, ist er. Luftraum nicht frei. Luftraum immer noch nicht frei. Oh. Oh! Jetzt ist er nicht mehr frei. Boah! Die campen den Laden dicht. Nicht dein Ernst. Die campen den Laden dicht. Da ist der Affe! Da war der Affe! Wow! Alter, wie kann der... Wie kann der Affe hinter mir spawnen? So ein Affe, ey! Naja, die Wortwitze wären nicht besser. Lol. Jetzt sind die schon wieder weg. Gott bin ich. Scheiße. Boah, Mann! Schon da irgendwo Feinde! Ja. Dummheit. Oh! Aufklärungsdrohne bereit! Aufklärungsdrohne online! Die Vorräte kriegst du nicht. Das war noch nicht meine. Boah! Der Affe, Mann! Das war meine! Achso. Und was war drin? Wirst du sehen. Werde ich nicht sehen. Doch. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne. Oh, gleich so viel! Alter, übertreibt nicht gleich. Bam, Digga! Wat ein Abschuss, Cam! Haha! Erstmal gemütlich irgendwo hinschießen und dann sehen. Der Teame wurde ja getötet. Oh Gott, geil. Bam, Bester! Bam, ich bin mir scheißegal. Der Team war scheiße! Ja und? Geht nicht auf die Leiste meines Teams. Das geht um meine. Ja, 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 genau. Ja, außerdem Leute, ne? Außer, ciao! Er hat nur wieder Angst. Er gibt dir wieder nur rum. Er ist richtig schlechter Boompower. Bin der Meinung, ihr solltet ihn alle mal angreifen. Ich sage, ich schreibe euch demnächst mal die Adresse in die Kommentare. Du weißt ja selber nicht. Egal, ciao! Bis zur nächsten Folge. Ja, ja, ja.